Nachdem Gott die Menschen erschuf, gab er ihnen Geister und sagte, wenn sie nicht nach ihm riefen, werden sie von seinem Geist getrennt und die himmlische Sendung auf Erde nicht empfangen. Durch die Rufe der Menschheit gibt Gott ihnen, was sie braucht. Zunächst wohnt er nicht in ihnen, sondern hilft ihnen aufgrund ihres Schreis. Aus ihrer inneren Kraft werden sie resistent und Satan wagt nicht zu kommen, um nach Laune zu spielen. Wenn Gott nicht im Geist der Menschen ist, verbleibt ein leerer Platz. Satan ergreift die Chance hinein zu gelangen, doch wenn sie Gott mit ihrem Herzen kontaktieren, gerät Satan in Panik und eilt zur Flucht. Durch die Rufe der Menschheit gibt Gott ihnen, was sie braucht. Zunächst wohnt er nicht in ihnen, sondern hilft ihnen aufgrund ihres Schreis. Aus ihrer inneren Kraft werden sie resistent und Satan mag nicht zukommen, um nach Laune zu spielen. Bleibt der Mensch mit Gottes Geist verbunden, wagt es Satan nicht zu stören. Ohne Satans Störung kann der Mensch normal leben Und Gott kann in ihnen wirken, ohne jegliche Hindernisse. So kann alles, was Gott tun will, durch die Menschheit erreicht werden. Durch die Rufe der Menschheit gibt Gott ihnen, was sie braucht. Zunächst wohnt er nicht in ihnen, sondern hilft ihnen aufgrund ihres Schreis. Aus ihrer inneren Kraft werden sie resistent und Satan mag nicht zukommen, um nach Laune zu spielen. Nach Laune zu spielen. Aus ihrer inneren Kraft werden sie nur in givingahrzeuge, Atmauer, an ihnen zusammen criticize Gott, bis sie hat Gesetze, nach Laune zu spielen. Vielen Dank.